So, grüß euch, heute zeige ich euch die Shrugs an der Pitchhark. Dafür haben wir uns die Trizepsstange genommen mit der langen Kette. Der Schlitten fängt praktisch direkt unten auf dem Boden an. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, wie man Shrugs eben ausführt. Zum einen könntet ihr einfach nur die Stange gerade nach oben ziehen, so wie man es jetzt, denke ich, überall kennt. Und zieht davon, was viele Leute immer sagen, ist Schultern zum Ohrläppchen bringen. Einfach so nach oben. Ich persönlich finde es aber zum Beispiel auch gar nicht schlecht, wenn man sich so ein bisschen nach vorne lehnt und dann eher nach hinten ein bisschen zieht. Weil dann hat man mehr von dem Trapezmuskel mit dabei. Das Ganze würde so ausschauen. Ich mache erstmal die erste Variante vor. Zieht das Ganze hoch und dann praktisch diese Standardvariante aufrecht stehen und Schultern zu den Ohrläppchen bringen. Und die Variante, wo ihr noch ein bisschen mehr Trapezmuskel mit dabei habt, so ein bisschen nach vorne lehnen und dann die Schulter ein bisschen so nach hinten ziehen. Wenn ihr fertig seid, einfach wieder ganz unten absetzen. Und so leicht geht es mit der Pitchhack. Vielen Dank.